Hallihallo! Nachdem wir die letzten Folgen ein bisschen was überzogen haben, habe ich mir heute eine Stoppuhr gestellt. Einfach damit das nicht wieder vorkommt. Wir starten direkt weiter voll durch. Wir wollen hier unten ja heute unseren Flughafen mal langsam in den Bau bringen. Da müssen wir mal gucken, wie weit die hier sind. Hier ist schon alles klar, um bergab zu gehen. Hier unten werden die Bänder gebaut. Oben könnten wir schon mal die ersten Check-In-Schalter, wie heißen sie? Die blauen Gate, Gate, Gate. Gates doch gar nicht! Gate-Schalter? Dann können wir hier links und rechts mit diesen Cubes arbeiten. Achso, hier unten, da sind die Lemme am Arbeiten. Die Wand können wir schon mal löschen. Alles löschen, in Wänden. Huch, ich will kommen, schluck auf. Dann denkt die, da denkt jemand an mich und küßt eine andere, einen anderen in dem Fall. Ja, ach, und selbst wenn, Romantik gibt es uns auch nur unter Männern. Ich weiß nicht, ob wir das Wiese-Folge schon schaffen, hier an den Start zu bringen oder erst nächste Folge. Fest steht aber, wir werden es jetzt demnächst schaffen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich frage hier 1, 2, 3, ähm, ob wir hier das Fundament ein bisschen was breiter ziehen wollen. Hier unten, und was ich mir auch überlegt habe, ob wir auf minus 2, äh, eventuell ein Verkehr zwischen den 2 Terminals ermöglichen, ein Fußgängerverkehr. Das wird sich hinterher zeigen, äh, wie der Passagierfluss hier läuft. Guck mal, wie wird denn hier oben gearbeitet? Wird hier oben gearbeitet? Hier nicht, aber hier, ne, hier auch nicht. Ist das gut? Oh, wo kommen die Jungs denn hier, was haben wir denn da oben gebaut zwischendurch? Jaja, 43 Stunden ist bankrott, das wissen wir doch, dass wir bald bankrott sind, ne? Aber dafür brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Also wenn ich das Ding noch vor die Wand setze, dann ist das... Wow. So, wow. Das wäre die einzige mögliche Erklärung, wenn ich das jetzt noch schaffe, hier richtig ins Minus zu gehen. So, das geht auch nicht hier erstmal. Wo muss noch Arbeit? Arbeit, Arbeit. So, jetzt doch mal. Hier löschen, da löschen, da löschen. Da löschen, da löschen. Da löschen, da löschen. Er lüppt vorwärts. Ah, hier geht noch nicht. Geht hier schon? Na, he, he. Aus Gründen der Logik geht da natürlich dann auch nicht. So. Wo geht's auch schon los? Schleim. Schleim. So. Und jetzt ins Weisen. Ja, schon. Cool. Guck mal an einem großen Gate, an einem fertigen Gate-Schalter. Schleim. Doch man sieht irgendwie... Ne, ich will es dem Typen folgen. Ich will dem Gate-Schalter folgen. Schleim. Hah, bababaa, schließen. Versorgung, Zone, das ist klasse Lausch, früher in Lausch für ... Wir dürfen besser gerecht zu werden. Wir brauchen aber hier unten ... mann dass wir echt nur ausgehender hier kann man den elektrik und wartungsbau machen hier kommen zehn, 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 zehn. die 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 wir haben werke qualität kann auch an die Ich finde die wieder wie Erwachsene aus die Leute. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wir brauchen nur noch mehr Gates, Gateschalter, Gates. So, geht doch gar nicht. Ich habe die Frage, können wir hier auch Schlangen? Du? Nee, so. Ach, Leute. Es tut mir sehr leid, ich benutze gerade das erste Mal eine Maus. Ich glaube, das wird mir zu unübersichtlich. Ich probiere das jetzt mal ohne aus. Was wir machen könnten, ist, wir können schon mal hier hinten das ganze Ding ein bisschen was nach hinten, in diesem ganzen Bereich, ziehen wir einen nach hinten. Und hier unten geht es gerade weiter, glaube ich. Entferne. 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 Versorgung. So. wir machen als erstes genau das was wir nicht machen können das ist ein producer das ist ein consumer nicht ganz schön aber ganz schön egal hier geht die an den ersten fahrzeuge zugewiesen haben wir hier das machen können Okay So, das gibt es vorher nicht Schnellen Das hätten wir Das hätten wir So Das hier heißt G G1 Das ist G2 10 ist G3 So Dann können wir G1 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 WC Damen WC Herren Türe G1 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 Wir brauchen absolut hier bauen eine Rolltreppe. Dann machen wir hier. Wir brauchen hier eine Rolltreppe nach. Hier, wo wir eine Rolltreppe nach oben. Hier ein Fundament, was die beiden verbindet. Hier ein bisschen mehr Fundament. Hier ein bisschen mehr Fundament. Hier eine Sicherheitszone. Objekte. Die Metalldetektoren. Die Metalldetektoren. Die die Pflich. Die Dachauberin. Die Dachauberin. Die Dachauberin. Unter dem Traur. Der Exzimmer. Zu dem Traur. Die Dachauberin. Das ist einfach dependency. Das ist einfach. Ich bin. Immer gleich. 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Das müssen wir hier auch alles abbrechen. gefühlt hier und Platzgelassen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf. Eins, zwei, vier. Tanks, genau. Fünf, eins, zwei, drei, vier, uuuh, nein, abbrechen! Eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf. Das lassen wir jetzt erstmal hier. Ich muss jetzt mal ganz kurz Pause machen, denn bei mir gibt es ein Terror-Klingeling. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!